Danja? Ich bin fertig. Wie lange brauchst du noch ungefähr? Komm, hau raus. Also ein paar Minuten brauche ich noch, aber ich bin auch schon ziemlich weit. Ein paar Minuten heißt fünf Minuten oder zehn Minuten, oder? Ja, ich denke mal so zehn. Okay, super. Bis dann. Bis dann. So, Freunde. Danja sagt zehn Minuten, das heißt, ich gehe mich jetzt zehn Minuten beschäftigen. Ihr könnt in den zehn Minuten meine Wand anstarren. Das läuft immer so ins Speedbildings mit Danja. Also, es wird nie besser. Also, ich meine, okay, sie gibt sich Mühe und alles ist sehr schön und gut, aber zehn Minuten noch, Danja. Na gut. Danja ist immer noch nicht fertig. Jetzt kann ich am Handy chillen.